Am Hauptbahnhof steige ich von der Straßenbahn in den Bus um. Manchmal nehme ich ein Taxi. Ich fliege fast nie mit dem Flugzeug. Manchmal muss ich fliegen, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Nächsten Sommer fliegen wir mit dem Flugzeug in Urlaub. Bist du schon einmal mit einem Flugzeug geflogen? Ich bin noch nie mit einem Flugzeug geflogen. Ich bin einmal mit einem Schiff gefahren. Ich würde gern mal mit einem Schiff fahren. Ich reise mit dem Fernbus. Ich nehme meistens den Zug, wenn ich in eine andere Stadt fahren will. Ich nehme jeden Morgen die Autofähre, um über den Fluss zu fahren. Ich muss die Fähre nehmen, weil es keine Brücke gibt. Ich gehe fast immer zu Fuß, denn alles ist in der Nähe von meiner Wohnung. Ich meine, dass man kein Auto braucht, wenn man in der Stadt wohnt. Ich habe kein Auto, deshalb fahre ich mit dem Bus oder gehe zu Fuß. In Bergkamen gibt es keine U-Bahn. Meine Stadt hat keinen Flughafen. In Lünen gibt es keinen Hafen. Warum brauchen Sie ein Auto? Warum brauchen Sie ein Auto?